Ja, wieso bin ich denn dauernd überfüllt? Du musst ein bisschen auf Gewicht leveln, ich weiß nicht, wie viele hast. Ich hab 300 Gewicht. Und? Ordentlich. Aber ja, das Problem hab ich auch. Ich bin auch sehr häufig überladen. Das ist halt, wenn man sammelt. Wenn man hier versucht, die Dings zu finden da, die... Oder zu pflücken, die ganzen Bären. Dann nimmst du immer... ...ordentlich Zeug mit. Zack. Also weitere Schmiede brauchen wir nicht. Nee, weitere Schmiede brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt Metall. Dass das nochmal reinkommt. Die linke Schmiede hat ein bisschen wenig Metall. Das verteil ich gerade mal um. Hast du Holz geholt? Ein bisschen? Oder nix? Ja, Holz schmeiß ich rein gerade. Ich bin ein wenig frustriert, weil das nicht funktioniert. Nein, ich wollte gerade den Baum hacken. Der hat keine Angst. Deswegen. Das Flix weiß es. Das war nix schlimm. Nicht. Immer ruhig bleiben. Immer die Nerven bewahren. Dann kommt sie erreicht. So, Firearms, Pistole, Kraft. So, Helm, da liegt ne Pistole und 24 Schuss drin. Den nimmst du dir bitte schon mal. Sofort. Und dann baue ich dir jetzt noch ne Chitin-Hose rein. Amor, Chitin. Was ist jetzt los? Ne Kröte, höre ich. Was ist los? Weiß ich auch nicht. Achso, ja, ne Akkro-Kröte. Natürlich. Ja, das sind ja Akkro. Oh, das ist ja Akkro-Kröte. Oh, das ist ja genau vor dem Schuss gelaufen. Das ist mir genau vor dem Schuss gelaufen. Haben sie. So, haben sie. So. Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, ich drehe da gerade durch. So. Ich habe einen, ich sitze drauf. Das ist ja okay. So, Level. Was sollt ihr eigentlich haben? Hast du ihn gerade Level gegeben? Habe ich. Okay. Deswegen hat er so ne blutige Nase. Die Kröte hat ihm aber auch ein bisschen zugesetzt. Kröten sind nicht zu unterschätzen. Das ist, die sind ganz schön abläckig. Hast du dir die Pistole rausgenommen? Nein. Ich werde gar nicht die gegen geschmissen. Ich habe jetzt mit der Axt drei Prime rausgeholtest du Mistvieh, ne? Hast du noch Chitin, weil du wurdest doch eben von Viechern angegriffen. Dann hast du Chitin. Zack. Jus. Hose. Ne, ich brauche auch noch Hose. Heid, Heid, Bein. Nein, Moment. Chitin-Leggings ist bereits drin. Die nicht bauen. Die habe ich dir bereits zusammengebaut. Ne, habe ich schon an. Die sollst du für dich bauen, nicht für mich. Ich habe dich gefragt, ob du schon eine hast. Egal. Ich habe jetzt für mich den Rest gebaut. Handschuhe und Schuhe. Okay. Schuhe. Das soll ich nehmen. Das soll ich nehmen. Sehr gut. So, ich gehe weiter. Zoll kacken. Okay? Ja. So. Na gut, die Tendenz geht jetzt in Zwo Tose. So. Diese Zwo Tose ist doch prima. Oh, Antacke. Hilfe, Hilfe. Kommst du klar? Boah, Alter. Wir machen die Bude. Ist gut, ist gut. Ist down. Unser Trike ist fast fertig, du. So, jetzt müssen wir aber mal die Viecher nicht töten, sondern zähmen. Also die laufen hier doch augenscheinlich rum. Warum hast du nichts zum Zähmen gefunden? Ich wollte das... Ich wollte das... Ich wollte das... Ich wollte das... Robert geht los, Kollege. Ich verstehe das nicht. Das ist nicht nett. Nein, das finde ich gar nicht lustig. So, Reapons, Firearms, Simple Pistols. Ich finde kein Metall mehr. Dann müsste ich den direkt hier nehmen. Metall ist jetzt nebenseitlich. Das kann ich gleich holen. Willst du wirklich mal zähmen gehen? Weil das machen wir jetzt wirklich langsam. Ich kann... Wo? Wo soll ich zähmen? Hier ist ein Abgrund. Dann gehen wir gleich... Dann ziehen wir gleich von dannen und zähmen zusammen irgendwo noch was. Hast du den enthackisiert? Hast du nicht... Double Taming? Double Taming, ja. Jetzt müssen wir das machen. Eigentlich. Metall. Ich habe so viel Metall dabei. Sollen wir es noch einschmelzen? Komm. Ja klar. Was haben wir? Wir müssen es nur noch reinschmeißen. Zack. Hälfte Metall ist noch im... Freihäckig. Steine. Steine. Ne, ich mach grad. So, Structures, Weapons. Ammo. Oh. Machen wir auch noch ein paar Schuss und dann können wir losziehen, ja. Zack. So, dann machen wir die Tür zu und gehen halt. Meinen letzten Endes, da muss einer schon ganz schön... Wir wämsen. Wie viel Schuss hast du denn gebaut? Oh, Nase. Hab mir 32 gemacht und du hast jetzt auch... Ich weiß nicht, wie viele. Ich baue nachher nochmal welche. Wir müssen hierher zurückkommen nachher. Jetzt gehen wir erstmal 10. Würde ich sagen. Mitschweig oder ohne? Würde ich mitnehmen. Echt? Sonst tötet sie am... Ja, sonst tötet sie am Ende nur einer. Nimm's mit. Sollen wir uns teilen? Wenn einer was findet, dann brüllt er. Nee, 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 teilen ist der sicherer Tod. Ähm, da lang. Wird ich gespannt. Also runter... Ja, okay. Ich bin da. Ich bin runtergegangen. Rechts kommt ein Abhang. Das weiß ich. Aber vorne geradeaus müsste doch eigentlich auch der Fluss kommen. Das Bike wird nur nicht durchkommen wahrscheinlich hier, ne? Nee, das bleibt da hängen. Ich würde es eher hier stehen lassen. Als gleich ins... Metsche. Bin es nie mehr wieder. Ich weiß noch nicht, wo du bist. Sehe mich auch nicht mehr. Links von dir. Berg hoch. Beim Trike. Beim Trike? Ja, ich sitze auf dem Trike. Hier kommt man echt nicht durch. Echt kacke. Dieser... Dieser Urwald hier. Ja. Ich... Ich wackel mal vor. Wackel du mal vor. Ja. Ich gucke mal, ob ich irgendwas finde. Zählenbares. Obwohl, ich muss mir gerade hinhocken. Ich brauche mehr. Weg, weg, weg. Kann ich nicht gebrauchen. Alles. Eine wäre, noch eine wäre. Zack. Ein bisschen was essen. Ein Urwald hier. Hm. Also, stattfindet das hier, hätten wir teilen sollen. Einer baut weiter die Kanonen und ein anderer geht gucken, wo was findet. Ich bin jetzt am Haus. Ah ja, okay, dann gehe ich zurück. Geht zurück und baut die Kanonen. Entweder ich schaffe zurück oder... Ja, nur, wenn man... Also, in dem Sinne aufteilen, kann es halt auch echt schief gehen. Wenn du ein Bino findest, den kriegst du allein... Da kann ich dir aber Bescheid sagen. Ich sehe hier Zeug im Wasser rumliegen. Hier ist was totes im Wasser. Warum ist das tot? Ja, wahrscheinlich war da ein größerer Räuber. Wenn die Dinos ein bisschen intelligenter wären und nicht an jedem Baum hängen bleiben. Ich sehe zwei Stegos, mehr sehe ich nicht. Ehrlich. Und hau sie um. Stegos! Na ja, ist doch besser als nix, oder? Ja, okay, ich schätze ja, ich nehme sie sowieso. Ach so, nur. Ich guck mal da drüben. Ne, ich sehe ja nix weiter. Äh, lass mich raten, du hast die Metallspitzhacke dabei. Na, na klar. Bau aber eine aus einem Barren, Mensch. Ein Barren. Hier du Trike, ich schlachte dich gleich, ehrlich. Leck mich am Arsch. Dieses, die ist so... Das ist einfach zu viel Baum für zu viel Dino. So. Hier mal eins habe ich. So, Metall. Aber viel Metall, das ist gut. Ja, kein Metall, ja. Dann baue ich mir jetzt noch eine Hacke. Wir haben nicht so arg viel. Ja. Ich weiß. Reapons, melee. So, Metalpick. So, Metall. Zack, zack, zack. Wahnsinn, wer hat's hinter den Felsen hervorgeschafft? Wow. Du bist eine Brutertweig. Äh, hattest du hier noch irgendwo Metallfelsen übrig gelassen? Weißt du das? Einen hatte ich jetzt noch zerschreddert, aber... Ich muss kämpfen. Hm. Musst du gucken, musst du umgucken, ne? Ich hab, äh, zwei Felsen... Äh, wenn du aus unserer Tür rausgehst, links. Ja, den hab ich grad weggehauen. Ja, das war's. Wie gesagt, so viel ist das nicht gewesen. Okay. Und praktisch? Mal gucken, wie viel ich da jetzt noch mit... Oh, mich ist mit fucking lahmarschig unterwegs. Passes. Du bist am Fluchen her. Uh, nee, falsch. Und hier nix. So, wir haben hier noch Gunpowder drin. Ja, das stellen wir noch her. Komm her, da genau einen. Ich hab noch Flint geholt vorhin. Was jetzt? Mega-Heat. Ja, macht nicht, so bleibt mir zu trocken. Sehr gut. Und das noch ein... Todes Strike. Das noch ein Weapons Firearms. Tja. Ich hab nix. Wir haben gleich Level 1 Stegos. Das ist jetzt noch schön. Traurig. Nee, aber schön war, glaube ich nicht. Ist doch egal. So, die hat man... Die kriegt der Helm nachher. Er schießt besser als ich. Okay. Alter. Hier ist nur noch... So, dann brauchen wir jetzt noch mehr Teil. So. Hier ist noch ein Trike. Soll ich das gerade mal 10? Ja, mach das. Ich hab auch noch einen Trike. Trike hab ich auch noch gefunden. Eins, zwei, drei, vier. Zack, da liegt's. Warum bin ich denn am pochen? Als wir das erklären. Heat, mega-Heat. Ja, und deswegen stirbt man? Ja, natürlich. In Mega-Heat stirbt man? Wüsste ich nicht. Wenn du kein Wasser hast. Ich hab Wasser. Ich stehe im Wasser. Ich stehe im Wasser. Okay. Ich stehe im Wasser, wenn wir Wasser voll bis oben hin. Kann ich ganz nachvollziehen. Wenn ich jetzt hier anfange zu pochen. Und zwar übelst. Okay, der eine hängt im anderen fest hier. Super, also die Dinos, die machen uns heute das Leben ein wenig schwer. Jetzt wird mir kalt. Lol. Wird ihr kalt? Ja. Wir haben einen Fluss. Ja, stimmt. Das ist auch gerade das Event vorbei. Wenn du noch unterwegs ne Metallfälde fährst. Oh, no. Oh, no, Metall. Theoretisch zumindest, ja. In dem, in dem, hast du in dem Trike geguckt. Ich hab da noch 80 eingeschmelzt oder so. Total. Ja, 80. Ja, ja. Ich hab eine Longleg davon gebaut. Da waren 50 Metallwachen weg. Ich schau nochmal im Trike. Der hängt gerade in dem gezehnten Trike fest. In dem, der da liegt. Die haben sich ineinander gekallt. Und ich krieg keinen mehr raus. Nö, da ist kein Metall. Habe ich nicht mehr probieren. So. Headshot. Genau. Ja, genau. Headshot von dem... Supermax. Von dem Zwitscher. Ja. Von dem 57-Siege-Typen. Ja. Super. Aber genau. In den Kopf. Er hat scheinbar Ronde Longneck am Start gehabt jetzt. Ja, hat er. Das ist der Typ, der auf der anderen Seite gebaut hat. Sag ich dir. Nein, ich war unten am Fluss. Ja, das klingt interessant. Dann müsste man mal gucken, wo der da hin ist. Da scheint der voll seine Ruhe zu haben. Das müsst ihr mal auskundschaften. Mal probieren, meinst du? Ja. Ja, toll. Jetzt hast du gleich... So. Habe ich gleich richtig guten Kollegen hier am Start, ja? Äh, nee. Du hast gleich unten am Strand drei Videos rumliegen. Ich glaube nicht, dass der sich die Mühe macht und die erschießt. Ja, meinst du, ich soll die holen? Wenn du noch auf einer anderen Flussseite war, ja klar. Würde ich machen. Munition holen, den ganzen Shit. Und baue erstmal da weiter und rüste dich aus. Und wenn du eine Massen was hast, läufst du ein bisschen runter. Ja, mein Problem ist, dass ich zu wenig Eisen habe für... Eisen hatte ich dabei. Bestimmt jetzt 30 Stück. Ich habe Flusssteine. Ja gut, der wird dich looten. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der war auf der anderen Flussseite. Hat mich schon an der Flussseite erschossen. Wahnsinn. Nein, halt, halt, halt. Jetzt brauche ich scheiße. Mit dem Rücken zum Stein, ja? Habe ich auch noch scheiße gebraucht. Und vom Gesicht in Richtung Fluss. Also da hat mich schon an der anderen Flussseite erschossen. 100 pro. Okay. Also da wette ich fast für. Also 100 pro nicht, aber zu 90%. Ach was, du? Du hast da jetzt irgendwas rum gemacht. Nein, nein, das will ich nicht. Du hast doch gerade irgendwas geknallt, irgendwas bei dir. Ich dachte, du wäre gerade einen Schuss gefallen. So, Unterstegung. Mit der komischen Fahne drauf. Nee, Unterstegung, alles klar. Entschuldigung. Was trinken. Ja, ja, wunderbar. Also ich würde versuchen, noch gleich zum Strand zu latschen. Schnell. Oh, halt Metall. Ich weiß nicht, wo es jetzt hauern soll. Ja, das hier kriegst kein Metall. Doch, das sind jetzt 6, 8. Aber viel ist es nett, aber ein bisschen was immerhin. Ich weiß nicht, wo ich es sonst hernehmen soll gerade. Boah, das ist ein Flussstein. Aber das war gefährlich. Ja, da ist der. Das ist halt das Problem an der ganzen Kiste. Hast du denn gar nichts? Du hast doch Klamotten. Versuch wenigstens die Saure mitzunehmen. Dann hast du wenigstens eine Chance. Ohne alles. Na hoch, jetzt gleich. Weiß ich nicht. Ja, ist schwierig. Schwierig, gebe ich zu. Schmelzt jetzt noch mal ein bisschen Metall ein. Und dann schauen wir mal. Schmelzt das Metall ein, bewaffnet dich. Und dann latscht du runter und guckst, was noch da liegt. Die Frage ist halt, wo? Aber du kriegst mich ja bestimmt irgendwie gelotzt, ne? Ja, ich guck dir ja. Ich seh dich ja. Hier ist kein Metall, wirklich. Wann ist das da rein? Jetzt hätte ich eh geloosed, sozusagen. Irgendwo war da noch ein einzelner oder nicht? Ne, auch nicht. Okay. Gut, dann. Die Reholt, die Reholt. Die Reholt, die Reholt. Die Wand kommt näher. Ich weiß, ich baue mir hier noch ein paar Schuss. So. Du hast es noch viel zu wenig getrunken. Wollen wir mal mindestens einen halben Stack rein? Wir hatten einen Stack reingehauen, um genau zu sein. Aber... So. Äh, nach rechts. Weiter rechts. Rechts. Warte mal, ich hab hier noch, muss mal kurz umsortieren. Das ist... Nee, so was ich hab. Das, weiß ich. Das ist mitnehmen. Würde ich nicht mitnehmen. Lass es hier. Nein, nein, ich will nur mal gucken. Passt. So, ja. Die Richtung ungefähr. Ein bisschen, ja. Hier bei der Palme vorbei, genau. Da hat er geradeaus. Die Richtung passt ziemlich. Ne, ein bisschen mehr rechts halten. Nicht weiter nach links. Ja, ich muss ja irgendwie um die Steine rum erstmal. Ja, ja, aber... Und jetzt hier rechts rum. Links, da zwischendurch, genau. Ein bisschen weiter links zwischendurch, wenn er geht. Irgendwo. Ja, links. Da, genau. Jetzt geradeaus, geradeaus. Hier unten irgendwo. Müsste schon sein. War nicht allzu weit. Ja, ja, hier geht's runter. Und runter und unten rechts. Wo war jetzt der Typ? Jetzt hier runter. Wo war aus hat er dich? Von der Sniper hat er mich gesnipert. Geh nach rechts. Runter und rechts. Aha. So, ich lieg hier gleich hinter irgendein Stein. Ach, ich soll da hängen ja nur deine Leiche, damit er mich auch abschießt. Nein. Meinst du, der sitzt da nur im Gebüsch rum? Der hat auch was anderes zu tun. Da ist er in deinem Stego. Stego Nummer 1. Ich hab sie beide gerade angefiffen. Nee, rechts ist noch ein Stego. Hast du den gesehen? Ich weiß, den hab ich auch angefiffen. Ja, dann dreh ich mal um, ob das Ding hier steht. Nein, umdrehen. Am Stein. Nee, du läufst die ganze Zeit. Das ist kein Umdrehen. Hier am Stein hab ich schon umdrehen. Ja, natürlich lauf ich die ganze Zeit. So, ja. Meinst du, ich bleib hier stehen? Natürlich. Nee. Also hier lag ich oben. Also hier, es liegt nix. Ich schätze mal, der kriegt dann doch. Guck mal, die runden Steine. Wenn du da draufhackst mit der Spitzhacke. Die runden Steine. Die runden. Die da. Genau, die da. Die runden. Bist du? Ja, ein Metall. Ja. Das war Pech. Und? Kein Metall. Kein Metall. Was sucht für Pech. Stone. Blind. Nee, kein Metall. So, was ist mit diesem Scheiß-Dego da hinten? Was hast du mit dem schon wieder gemacht? Den hast du da wieder reingeklemmt. Der hat da drin gestanden. Setz auf und haut es mal in den Schwanz. Ja, klar, natürlich. So, zeig. Wunderbar. Und direkt. Level auch verteilen. Nee, doch nicht. Ich würde jetzt hier weg. Da kommt er. Da kommt es. Rechts von dir mit dem Fallschirm. Rechts von dir mit dem Fallschirm. Rechts. Nach rechts. Er merkt es bereits. Es schlagen die Schüsse schon ein. Da hängt er am Fallschirm. Rechts. Fallschirm. Mein Platz. Andere Richtung. Reden die andere Richtung. Genau. Immer hin und her. Den hast du gleich. Bleib hinter den Stein. Bleib hinter den Stein. Lass die Dinos machen. Es ist was. Hass den. Haha. Nee. Noch einer. Geh hinter den Stein. Geh hinter den Stein. Lass die Dinos machen. Es ist was. Diese Kommentare. Schieß den ab. Den Drecksgeier. Was? Ist gut. Ist down. Ist down. Ist down. Geh so. Auf den Säbelzahn. Du hast den ganzen Schießungsauftauen. Weiß. Geißer. Links von dir ist der Stego. Jetzt haben wir. Ich bin tot. Boah. Sag mal. Haben wir keinen von wen getötet? Äh. Einen hast du getötet. Aber das waren immer noch zwei. Ja. Also. Wie geht das denn? Machen die zusammen oder was? Ja. Siehste. So kriegt man 56 Siege zusammen. Indem man zu dritt oder zu viert spielt. Und die lassen den Zufluss immer gewinnen. Hahaha. Lol. Dann müssen wir einfach sich mal bei dir auf Twitch stellen. Wir gehen und ihn ausladen. Es war nur lächerlich. Ich habe einen getötet. Da waren immer noch zwei auf mir drauf. Ja. Einer gegen drei hatte ich natürlich jetzt irgendwo ein bisschen wenig Chancen. Scheißdreck. Ja. Und die hatten auch Viecher, ne? Ja. Der Säbelzahn. Ja. Gut. Säbelzahn. Und der. Das ist nicht verkehrt. Ein Agentavis. Ich wusste nicht, dass man mit dem Agentavis hier bei SOTF eingreifen kann. Das ist ja. Das ist ja nah an Overpowered, die Viecher dann. Ja. Wenn du ihn greifen kannst, fliegst du ihn über die Kante und schmeißt runter. Gerade wenn der Kreis kommt. Ja. Ja. Hart. Ja, aber wir haben was dazu gehört. Boah. Leck. Das war übel. Ich würde sagen. Aber das war das Winner-Team. Und ich meine, gegen die habe ich mich gar nicht so schlecht geschlagen. Ja. Muss man mal überlegen. Das sind die, 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 was, 57 Siege oder was hat der? Ja. Oh Mann. Ja, 57 Siege oder 57 Siege. Aber ganz ehrlich, der. Ergert mich jetzt ein bisschen. Das Metall da in Bad gefällt mir nicht. Ich hätte da nicht hingehen sollen. Ganz ehrlich. Ich hätte, ja, aber ich hätte nicht da hingehen sollen. Was willst du denn machen? Meinst du, der hat es oben drauf mit gegen die drei gewonnen? Mit Agentavis alles. Nee, aber vielleicht hätten die sich mit anderen aufgerieben. Das ist ja, weißt du, wir waren ja nicht die Letzten. Wir reiben sich ja mit anderen auf. Und dann vielleicht, eventuell. Aber so da, zumal die die Ecke kannten und ich nicht. Und, hm. Ich fand gar nicht so schlecht. Du hast einen erledigt, Dreck mal. Der da runterkam. Ja. Die mussten auch erst umsiedeln. Ja, hm. Weiß nicht. Ich glaube nicht, dass du oben auf der Plattform irgendeinen Hauch von Chance gehabt hättest, wenn die drei da zusammenhocken. Nee, wenn die erst mal auf der Plattform sein sollten, nicht. Die Frage ist halt, mit welcher Verfassung die da oben ankommen. Aber gut. Hätte, wäre, wenn. Ja. Nehmen wir eh nicht raus. Nee. Und, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge auch nicht wieder. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht wieder eine andere Taktik nehmen. In dem Sinne. Habt ihr. Tschüss. Tschüss. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Wollt ihr mich unterstützen, gebt bitte ebenfalls einen Daumen nach oben. Oder abonniert am besten gleich meinen Kanal Mr. Helm. Jede Menge geiler Videos zur Auswahl, wie ihr seht. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Tschüss. Du bleibst da. Und kuckst.